Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so eine Schnur bei deinem Kapuzenpulli wieder richtig einfädeln kannst, wenn diese einfach mal rausgerutscht ist. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeig dir jetzt einfach mal zwei Methoden, die entweder für eine dickere Kordel oder für so eine dünnere Kordel am besten geeignet sind. Bevor wir jetzt aber beginnen, ist es einfach wichtig, dass hier dieses Band ganz aus deiner Kapuze draußen ist. Wenn es also noch irgendwo hier drin stecken sollte, einfach mal ganz rausziehen. Schauen wir uns mal Variante 1 an, welche super funktioniert, wenn die Kordel hier nicht zu dick ist. Hierfür benötigen wir natürlich die Kordel und auch einen relativ dicken Strohhalm, wo diese Schnur durchpasst. Wir fädeln das Band jetzt einfach mal einmal durch den Strohhalm durch. Sollte mit so einer Kordel auf jeden Fall relativ zügig gehen. Und wenn es auf der anderen Seite so wie hier jetzt daraus schaut, nehmen wir das Endstück, drehen es noch einmal um und stecken einfach dieses hier in das Ende von dem Strohhalm hinein. Danach noch einmal hier hinten anziehen, dass es etwas fester vorne wird und wir können weitermachen. Nun sind wir nämlich soweit, dass wir den Strohhalm mit der Schnur hier innen drin einfach durch unsere Kapuze einmal durchfädeln können. Hierfür mit dem Strohhalm vorne beginnen und du wirst sehen, es geht auf jeden Fall tausendmal leichter als, wie wenn du jetzt nur probierst, deine Schnur hier vorne durchzubekommen. Ab und zu müssen wir die aufgestaute Kapuze hier wieder etwas zurückziehen, um weitermachen zu können. Und dann sind wir ganz am Ende auch schon bei unserer Kapuze richtig durch, so wie bei mir es jetzt der Fall ist. Ich kann meine Kordel hier noch viel weiter durchziehen. Und zum Schluss muss ich natürlich noch hier das Ganze von meinem Strohhalm befreien. Deswegen die Schnur hier rausnehmen, Kordel durch und die Schnur ist wieder in unserem Kapuzenpullover richtig drinnen. Bei einer dünnen Kordel ist so ein Strohhalm hier wirklich super anzuwenden. Doch wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine dickere Schnur habe, wirst du sehen, dass ich mit der hier wirklich nicht recht viel weiterkomme und dieses Teil einfach nicht um meinen Strohhalm durchpasst. Aus diesem Grund so ein ähnlicher Trick und zwar mit einem dünnen Holzstab. Das könnte hier wie bei mir jetzt zum Beispiel ein Sushi-Stäbchen sein oder auch irgendwelche Schaschlikspieße zum Beispiel. Ich nehme mir einfach mal ein Stück Teserband zur Hand, klebe dieses zur Hälfte auf meine Kordelspitze hier vorne drauf und schaue, dass ich dann mein Sushi-Stäbchen hiermit verbinde. Das drehe ich jetzt noch ein paar Mal rum, dass das Band wirklich schön mit dem Stäbchen verbunden ist und wir können genauso vorgehen wie zuvor auch mit dem Strohhalm. Ich fange wieder auf der einen Seite an, schaue, dass ich dieses Stäbchen hier komplett durchbekomme und dann sollte es auf der anderen Seite auch gleich wieder rauskommen. Gesagt, getan und schon schaut hier das Sushi-Stäbchen auf der einen Seite wieder raus. Jetzt seid vorsichtig an diesem Loch dran ziehen, dass die Schnur auch wirklich komplett durch die Kapuze durchgeht und es jetzt nicht irgendwie abreißt. Bei mir sollte das jetzt gleich der Fall sein. Jawohl, da ist die Schnur auch schon und ich kann diese wieder schön gemütlich durchziehen. Womit ich auch schon an den Punkt angekommen bin, dass ich meine Kordel, egal wie dick sie ist, durch meine Kapuze wieder einfädeln konnte. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen hochwertigen Kapuzenpullover entweder für Herren oder für Frauen zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenersteller zu einem relativ günstigen Preis und das Beste dabei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in einem Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also so einen Pullover zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.